Herzlich willkommen zurück. In diesem Video werden wir den Zusammenhang zwischen F' und dem Monotonieverhalten von F sichern und nach diesem Video kannst du den Zusammenhang zwischen F2' und dem Monotonieverhalten von F' und den Zusammenhang zwischen F2' und dem Krümmungsverhalten von F gut und anschaulich erklären. Mit Hilfe der zweiten Ableitung F2' untersuchen wir das Krümmungsverhalten von F. Warum wir das genauso machen können, wollen wir hier jetzt näher beleuchten. Bevor wir jetzt zum ersten Arbeitsauftrag kommen, noch eine kurze Wiederholung. Wenn für alle x in einem Intervall gilt, dass F' von x größer 0 ist, dann folgt daraus, dass F dort streng monoton wachsend ist. Wir kommen jetzt zum ersten Arbeitsauftrag. Fülle bitte die Lücken im Text, pausiere dazu kurz das Video und danach sprechen wir darüber. Also gut, gilt für alle Stellen x in einem Intervall, dass F' von x größer 0 ist, dann ist F' dort streng monoton wachsend. Wir sehen schon, das ist genau analog zu dem, was wir vorhin hier oben wiederholt haben. Nur, dass F2' jetzt an die Stelle von F' gerückt ist und F' an die Stelle von F' gerückt ist. Das macht aber durchaus sehr viel Sinn, denn wir wissen ja, dass F2' die erste Ableitung von F' ist. Das bedeutet, wir können mit F2' über das monotonie Verhalten von F' sprechen. Was bedeutet das jetzt aber für unsere Funktion F? Das bedeutet, dass die Steigung von F in diesem Intervall also immer größer wird. Wir können ja F' ja auch dafür verwenden, um über die Steigung von F zu sprechen. Und wenn F' immer größer wird, heißt das, dass auch die Steigung von F in diesem Intervall größer werden muss. Grafisch können wir uns das Ganze so vorstellen, wie wir es hier unten links sehen. Hier ist es so, dass die erste Ableitung zunächst hier negativ ist, dann ist sie hier 0 und hier ist sie positiv. Das heißt, die erste Ableitung wächst hier streng monoton. Sie wird von negativ über 0 zu positiv immer größer. Und das hat auf den Graphen von F diese Auswirkung, dass dieser dann diese Linkskurve hier macht. Also der Graph von F ist damit also links gekrümmt oder positiv gekrümmt. Das sind beides Wege, um über Krümmung zu sprechen. Beides sind gleich gut und gleich legitim. Positiv gekrümmt merkt man sich sehr gut, indem man dem Graphen einfach zwei Augen verpasst und dann entsteht so ein Smiley-Face und wenn das dann ein lachender Smiley ist, dann ist der Graph von F dort positiv gekrümmt. Links gekrümmt merkt man sich besonders gut, wenn man sich eine Straße in Vogelperspektive vorstellt. Denn wenn dann der Graph von F links gekrümmt ist, dann bedeutet das, dass wir dort eine Linkskurve fahren. Also gut, das war jetzt positive bzw. Linkskrümmung bleibt noch negative bzw. Rechtskrümmung. Bevor wir loslegen, hier auch noch eine kurze Wiederholung. Und zwar, wenn für alle x in einem Intervall gilt, dass f' von x kleiner 0 ist, dann folgt daraus, dass f dort streng monoton fallend ist. Auch hier wieder gibt es einen Arbeitsauftrag. Fülle bitte die Lücken im Text, pausiere dafür kurz das Video und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, gilt für alle Stellen x in einem Intervall, dass f' von x kleiner 0 ist, dann ist f' dort streng monoton fallend. Wir sehen schon, das ist wieder komplett analog zu dem, was wir zuerst hier oben wiederholt haben. Und außerdem ist es komplett analog zu dem, was wir beim ersten Arbeitsauftrag schon besprochen haben, mit dem Unterschied, dass f' von x jetzt kleiner 0 ist und f' dann streng monoton fallend ist, im Gegensatz zu größer 0 und streng monoton wachsend. Die Steigung von f wird in diesem Intervall dann also immer kleiner. Grafisch wirkt sich das dann so aus, wie wir es hier unten links sehen. Hier ist zuerst f' positiv, dann hier 0, dann negativ. Also die Steigung ist streng monoton fallend. Sie wird von positiv zu 0 zu negativ. Und das hat auf den Graphen von f die Wirkung, dass der dann hier so eine Rechtskurve macht, beziehungsweise dann negativ gekrümmt ist. Auch hier wieder beide Wege, das zu sagen, sind gleich gut und gleich legitim. Negativ gekrümmt merkt man sich wieder gut mit einem smiley face, in dem man wieder Augen über den Graphen zeichnet. Und wenn der smiley dann traurig ist, dann ist der Graph von f negativ gekrümmt. Man kann es sich aber auch wieder mit einer Straße in Vogelperspektive merken. Und zwar bedeutet dann rechts gekrümmt, dass wir hier dort eine Rechtskurve fahren. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wenn in einem Intervall gilt, dass f2' von x größer 0 ist, dann ist f in diesem Intervall positiv gekrümmt. Mit den Augen können wir es uns besser merken. Und wenn in einem Intervall gilt, dass f2' von x kleiner 0 ist, dann ist f dort negativ gekrümmt. Bis zum nächsten Mal.